So, da bin ich wieder! Ich komm nicht mit einer Stulle zurück oder Schoki, ich hab keine Stulle und auch keine Schoki, aber ich hab ein paar Gewürzgurken gegessen. So, Leute, ey, was geht ab? Wir machen direkt weiter. Ich bin, ähm, nach dem Kampf gegen Metyr, hieß er glaub ich, Metyr, bin ich, ähm, hier rein, hab mir die neue Waffe geholt, die leider nicht so mega geil ist für mich, also belohnungstechnisch war das mittelmäßig. Aus meiner Sicht, huch, und, ähm, jetzt haben wir zumindest auch diese Fingerrunes gemacht und könnten jetzt weitergehen im Shadowskeep. Jetzt hab ich endlich das Gewächshaus hier auch fertig. Was ich mich noch frage, ist, ab wann tut sich hier was, ne? Wann können wir da nochmal checken? Das Problem ist, der Weg ist weit. Wir müssen hier spawnen, dann hier runter, tack, 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 um da hinzukommen, ins Dach. Und ich weiß nicht genau, welches Item, welchen Quest man machen muss, um das da oben, ähm, oh, die Quest ist noch nicht durch? Geh nochmal zum Thron von Metyr. Ich war doch dreimal schon am Thron wieder. Hä, was erzählt ihr? Ihr wollt mich doch vernarren! Das ist doch nichts! Oh, oh...! All right! Bro. Oho, okay. Jesus. Die Waffe ist so imber, Alter. Wen soll die Scheiße denn treffen? Okay, mich. Halt doch einfach... BAM! Emius Bellbearing? Maternal Staff? High Priest hat? High Priest robe? High Priest clothes? Gloves? Gloves? Soft-Dinger, die man leicht übersehen kann. Und die ich jetzt auch übersehen hätte ohne Chat, muss ich fairerweise zugeben. Hm? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Increase? Okay. Plus 1 Intelligenz, plus 1 Arcane. Naja, gut. Dafür wollen wir uns nicht hässlich machen. Nicht hässlicher, als wir schon sind. Aber wir müssen die Bellbearings natürlich abgeben. Hups. V-Quest ist noch nicht fertig. Ihr wollt mich wohl verarschen. V-Quest ist noch nicht hässlich? V-Quest ist noch nicht hässlich? V-Quest ist noch nicht hässlich? Ich sehe sie nicht. Use Iris of Grace. Use Iris of Occultation. Leute, was machen wir? Wir wissen nicht, was passiert bei dem einen oder anderen. Das ist ein kompletter Gamble. Occultation sagt Chat. Zwei ist Waffe. Ja. Ja. Die Sorte der Sorte. Die Sorte der Sorte. Die Sorte der Sorte. Spirit Sword. Habe ich nicht... Habe ich einen Sword of Light? Ne. Ich habe irgend so einen... Ne, Sword of Darkness habe ich. Ach ja. Sword of Night? Sword of an all-consuming, bottomless black that devours even the light that shines upon it. Sword of Night, the blade of the sword is on a semi-chorral and thus cannot be guarded. Witching our slash. Word of Night... Word of Night. Four licens. voted für Mc��. Diese Scheibe war dabei. Ein bisschen fast schon Rivers mäßiges Ist eigentlich gar nicht so schlecht Aber irgendwie auch nicht Geiler als andere Sachen Vor allem die Reichweite scheint mir nicht so hoch Wie es aussieht, oder? Ah, ich soll mal auf den Friedhof gehen Ja, das ist eine sehr gute Idee Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee Übrigens, wo ist denn hier Das Carion Thrusting Shield Müssten wir eigentlich auch nochmal hochleveln Um das irgendwie zu benutzen Aber okay, ähm So viele Sachen Das ist eine gute Idee Nochmal auf den Friedhof zu gehen Der war Merkwürdig Weil man da eben auch Nichts machen konnte Und guck, da liegt jetzt ein Item Siehste mal Das war an der Stelle, wo auch schon das komische Grab war Cherishing Fingers Nice Und es ist Sorcery Ach, das sind die Finger, die aus dem Boden kommen Ja, okay Okay, ist die Quest jetzt abgeschlossen? Leute Kann ich jetzt Jetzt gehe ich Fucking Tafelrunde But wait There's more Wenn du dich dreimal im Kreis drehst Und dann Richtung Süden furzt Öffnet sich ein Portal Zu Mähtiers Mutter Mutter Mähtier Auch Genannt Die Mutti Was mach ich denn hier Was mach ich denn hier A fleeting Microcosm A microcosm That pulses Every single wave 42 int A finger surcer of Count Emy Hyker Is one of the secret holodrides Microcosm That pulse Yeah Gut, also ich sag mal so Danke Fragezeichen Wir kaufen es natürlich trotzdem Weil ich alles haben will Aber Wir brauchen es nicht So und jetzt Ach, wir können schon wieder hochleveln übrigens By the way Wenn wir schon so viel Seelen haben Dann können wir das auch machen Und wir geben weiter hoch Ich überlege Wie viele Upgrade Steine Für die finale Form habe ich Weil ich finde das Schon eine geile Waffe hier Und es nervt mich irgendwie Dass sie nur plus neun ist Aber ich bin auch Vier Stück Ich kann nur vier Waffen auf Level 10 Ist sie eine der ausgewählten vier Waffen Ach, das nervt so ne Ich bin zu geizig Bin zu geizig So jetzt aber Leute Ohne Scheiß Jetzt lasst mich in Ruhe Wir gehen jetzt ins Shadowkeep Aber ich weiß nicht mehr wo Okay So, dieser Dungeon hier ist nämlich Das eigentliche Thema Wobei Eigentlich Das stimmt ja auch nicht Eigentlich bin ich ja noch hier, oder? Wir müssen nochmal ganz zurück gehen Irgendwie Ich verliere hier langsam die Übersicht Ich verliere hier Ich verliere hier Ich verliere hier Ich verliere hier Ich verstehe Ich verliere hier Ich verliere hier Ich verliere hier Ich be Что Du Vertraue Das stimmt Ich habe mich Ichopste Ah, die Sau hat mich noch einmal erwischt. Du mieses Schwein, du. So, und jetzt, hier bin ich nämlich auch noch nicht weiter übrigens. Wo bin ich denn hier immer nicht weitergegangen? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Du Sausack. Du Sackpinscher. Ist das zu fassen. Du Mäses. Kann ich glauben. So stylisch mich da hochgekämpft, nur um dann an so einem Lulli zu sterben. Das sieht mir immer wieder ähnlich. Der hat mich hier leider aber auch voll erwischt. Aber jetzt reicht's. Leave no one behind. Oder halt genau das Gegenteil. So, wie war das? Hier war nämlich das Problem, Leute. Ich sag euch genau, warum ich hier nicht weiter bin. Weil wie es in dem Spiel so halt ist, lässt man sich dauernd ablenken. Und ich hab hier die Gartenzwerge vermöbelt. Und dann bin ich nämlich, warte mal, hier runter. Oder da hinten runter. Eins von beiden. Ich weiß es nicht mehr. Alter, diese Abwärtssprünge in dem Spiel sind so geil. Und dann bin ich halt immer weiter weg von der Burg. Ich glaube, hier runter. Nee, das ist der... Ich bin ja so dumm. Ich hab den scheiß Shortcut schon aufgemacht. Lol. Uh, wo kommen die denn jetzt her? Nichts zu unterschätzen hier, die Gartenzwerge übrigens. Weiß ich, kleine Fucker sind das. So. Dann war es hier. Dann bin ich hier runter. Und dann irgendwie Wurschtel, Wurschtel hier. Dann Wurschtel, Wurschtel hier. Und dann bin ich nämlich hier in dieses Todesgebiet und so weiter gekommen. Und dann habe ich einfach komplett vergessen, dass mein ursprünglicher Weg hier war. Oh, du Scheiße. Alter, der hält aber gut was aus, ey. Lol, ey. Und da hinten war nix mehr, ne? Gibt da hinten mal Sackgäs? Oh, was ist das? Was höre ich denn hier? Nee. Hört ihr das? Okay, das sind einfach nur diese Dinger. Okay, so und dann, wenn wir hier lang gehen. Hier bin ich nämlich nie weitergegangen, Leute. Oder? Doch, hier bin ich dann auch schon gewesen. Hä? Komplett orientierungslos, ey. Ah, jetzt macht alles Sinn. Okay. Specimen Storehouse, ja. Offensichtlich noch nicht. So, und da oben ist das andere Bonfire. Okay. Auf wen warten wir? Wo kommt der rein? Wie er den Zwerg einfach von oben durchsticht. Der sticht dem nicht in den Rücken, sondern einfach von oben. Wie Media. Das sieht auch aus wie gegen etwas, das ich kämpfe, gegen das ich kämpfen würde. Little did he know. Ein bisschen. Aha! Da unten, du hast ja auch nicht mehr alle Zacken an der Krone, oder? Oder? Wir haben wohl beide Zaubersprüche, die ein bisschen zu kurz gehen. Tja, die lamesten Fernkämpfer der Welt. Wir haben sie gefunden. Loll. Okay. Okay. Wie geil, das ist einfach... Wie geil ist es einfach... Wie geil ist es einfach? Dass wir uns hier durch ein Museum schnetzeln. Shadow Militiamen Helm. Ein bisschen Dark Souls 3-Vibes, ne? Oh, kann man da reinfallen? Sollen wir mal shacklen? Hm. Ah, diese verzögerte Flamme ist schon dumm. Was siehst du immer? Biblio 13. Semester Japanologie kommt einfach so ein Irrer rein und rammt dir ein Schwert in den Rücken. 13. Semester Japanologie. Weil man Animes mag, ne? Soll man auch studieren? Keine Ahnung. Mama, ich weiß da auch nicht, was ich studieren soll. Ja, dann studiere was, worauf du Bock hast. Ich habe auf Animes und Videospiele Bock. Okay, ich studiere Japanologie. Ich schreibe nach Hausarbeit über Akira. Austauschprogramm. Austauschsemester auf der Grand Line. Das sieht aus, als ob sich das... Das sieht irgendwie komisch aus, aber egal. Ich meine, man könnte ja eigentlich auch hier in Ruhe studieren. Aber ihr wisst ja, was ich von Studenten halte. Wow. Kriegt halt keinen Stagger, leider. Das ist halt die... Der einzige Schwachpunkt, den die Milady hat, ist, dass sie halt keine gute Hyperarmor hat. Es empfiehlt sich eigentlich immer, ein bisschen Bonk im Hause zu haben. Das ist halt die Milady hat, aber es ist halt die Milady hat, die Milady hat. Die haben ja wieder nur die geilen Items verteilt, Fromsoft, in diesem Dungeon. Black Pyrefly, ey. Hm. Warum? Ist nix. Ist das ne Anspielung eigentlich auf Ghostbusters 1 mit dem Geister in der Bücherei? Übrigens, ich hab vor ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung, hab ich hier den Ghostbusters gesehen, den neuen, Frozen Stone Age oder was auch immer. Ich kann mich original an keinen einzigen Dialog, Charakter oder Szene erinnern. Aber ich kann Ghostbusters 1 und 2 rückwärts, vorwärts zitieren. Biesthorn. Muss nicht direkt was über den Film aussagen. Also, ne, kann ja auch einfach, weiß nicht, kann man wahrscheinlich auch über Filme sagen, die als gut gelten. Aber war schon ziemlich belanglos. Ach, was? Hm. Ja, diese Mesma-Dudes, die sind schon nicht ohne. Ja. 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 Das ist da unten. Ja. Das war's. Hm, interessant, also wir können nicht hier runter sind, ne Moment, wir sind, sind wir von hier gekommen? Ja, ne? Ja. Und da geht's wieder runter? Auf der anderen Seite. Ja, okay, ich check's langsam. Alter, haut der rein. Aber ich hau auch rein. Fire Knight Helm und Fire Knight Armor. Hier ist ne Sackgasse. Hm. Die Tür kriegen wir nicht auf. Okay, dann müssen wir... Hier war ich schon. Ich find's halt interessant, wir könnten hier rüber... Komm, mach mal einfach. Dueling Shield. Zwei von denen in einem Dungeon. Das ist ja auch ein bisschen komisch, oder? Thrusting Shield. Wir haben halt null Reichweite, die Schilde. Dann crushed immer wieder... Ich kann's nicht auf. Wir machen diese Geräte... Wenn wir jetzt gut auf. Kann ich sein? Wenn du weit bist, wiegen ich... Ich kann's nicht auf. Ich kann's nicht auf. Ich kann's nicht auf. Wenn du weit bist, ich kann's nicht auf. Ich bin ein bisschen auf. Jetzt ist das Gleiche. Ich weiß nicht so recht Also ich meine der einzige Vorteil finde ich Bei den Schilden ist, dass du halt Schlagen kannst und direkt glaube ich Ein 100% Block hast, ne in dem Fall sogar nur 88, ich glaube der andere hatte 100 Aber 88 kriegst du auch mit einer Colossal Weapon glaube ich hin, wo ist er denn? Da 94 hat der Ansonsten Was ist der Vorteil Es ist nicht super schnell Es hat safe nicht mehr Stagger Damage Als der Baum Oder eine andere fette Bonk Waffe Hat kein Bleeding Die Asche ist das gleiche wie der normale Schlag, ich sehe nicht den Vorteil Ehrlich gesagt, warum sollte man mit so einem Ding Spielen Vorteil ist, du kannst während des Blockens Angreifen Ah ja, okay Das hier, ne Ah, okay Aber ich finde halt, Blocken ist halt Gerade im DLC so eine Sache Durch diese harten Angriffe der Gegner Kriegst du so das Stamina runtergeballert Aber okay Das ist ein Argument hier Aber jetzt mal ehrlich Wer will denn so einen Kampf gewinnen? Guck dir das mal an Oder? Also das ist ja auch ein bisschen unwürdig Also weiß ich nicht Übrigens, Leute Ich zeige euch jetzt mal was cooles Habe ich euch noch nicht gezeigt In eurer Abwesenheit Also in meiner Abwesenheit von euch Habe ich Durch diese Waffe geupgradet Wo ist es denn? Twin Axes, hier Die sind quasi Das Pendant zu meiner Langen Die haben auch diesen Dash Und dann diese Attacke Und die habe ich auch hochgelevelt Auf plus neun Und als Duo Das ist doch ganz nice, oder nicht? Hast hier die zweier Und dann hier die lange Ne, die habe ich nur auf plus neun Ich auf plus zehn Ja, die sind auch ziemlich nice Tatsächlich Wenngleich Blinkbolt Twin Axe Nicht so geil ist wie Long Axe, aber Kann man mit arbeiten Oh, Shadow Tree Fragment, Leute Chir Oh, nur eins Storehouse Cross Message Message left by Sir Hansbeck Das passiert halt, wenn man sehr gründlich vorher alles abcheckt und dann das natürlich alles schon hat. So, bloß nicht dransetzen, sonst lebt wieder alles. Und das hier macht mir ein bisschen Sorgen fast schon. Okay, das ist natürlich eine überragende Aussicht. The fuck ist da über mir? Habt ihr es gesehen? Das ist einfach nur ein Vogel, oder? Okay. Das ist eine Fledermaus. Guck mal, wir haben nicht mal die Texturen reingeladen. Die Demon's Souls auf der Playstation 3. Zu weit weg. Das sieht ein bisschen komisch aus, als ob die Texturen nicht richtig reinladen. Das kann doch nicht gewollt sein. Hier da oben in dem Garten Eden war ich übrigens auch noch nicht. Fällt mir mal gerade so ein, das ist... Wo ist denn das? Ich guck doch genau hin eigentlich. Hä? Ne. So, da. Wo guck ich hin? Hier. Ne. Doch, hier irgendwie. Da kommen wir wahrscheinlich erst nach Shadowkeep hin, logischerweise. Na, guck mal, da geht's weiter hoch. Oh, so viele Richtungen. Ich komm vom Weg ab. Wir müssen erst da hinten noch weiter gehen. Solange die Gegner noch gecleared sind. Scheiße. Hä? Raff ich gerade was nicht? Aber wo ist denn jetzt... Wie... Hat der sich verschoben? Der hat sich... Hä? Aber warum? Ich hab doch gar keine Contraption oder so benutzt. Der hat sich einfach resettet auf eine andere... Oh, jetzt komm ich da nicht mehr. Da hinten ist ein Item... Oh, ich kotze, ey. Was machen wir denn jetzt? Oh, shit. Ich weiß, dass die Dinger beweglich sind. Und nein, ich lese nicht nur den Twitch-Chat. Aber... Dass die sich einfach umstellen... Ich hab die ja gar nicht... Also, warum... Was hat den... Denn dann richtig gestellt? Ich hab doch gar keine Contraption benutzt, wisst ihr? Also, wenn das die Default-Stellung von dem... Typen ist. Aber wer ist das eigentlich? America ist das, glaub ich, ne? Aber whatever. Wenn das die Default-Stellung ist, warum war der dann hier? Wisst ihr, was ich mein? Ich raff's nicht. Naja, egal. Müssen wir irgendwie die Contraption finden? Yo. Oh, shit. Oh, shit. Drecksack. War ich hier nicht schon? Oh, shit. Das ist ja ganz weird. Also, das... Hey, ich raff's nicht. Hier war ich doch. Genau. Hier bin ich schon lang gelaufen. Da hab ich den Schild gekriegt. So. Und der war mit dem Arsch zu mir gerichtet. Richtig? Richtig. Aber warum? Ich hab doch gar keinen Schalter betätigt. Nichts macht Sinn. Perldrake Talisman plus drei. Der ist nicht schlecht, der Talisman, weil der macht natürlich auch viel Damage-Negotiation. Halt alles, was nicht physisch ist. Perlmutt-Drachen-Talisman. Okay. Aber... Wir müssen... Nee, müssen wir ja dann gar nicht. Wir haben ja das Bonfire. Vielleicht ist es deshalb. Ich weiß es nicht, Leute. Ich check's auch nicht. So, hier bin ich nämlich dann rechts über den geklettert, oben zum Bonfire. Okay, so weit, so gut. Das ist eine Leiter. Das kommt mir alles so fucking bekannt vor. So, und hier wäre ich dann normalerweise weitergegangen. Okay, da oben ist die Leiter. Wie kommt man denn da drauf? Okay, fuck it. Okay, fuck it. Okay, fuck it. Okay, aber ich war da schon. Ich war da schon. Ich hab diese Contraption auch schon in einem anderen Leben benutzt. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie ich da hingekommen bin. Aber egal, das... Jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Weil das ist jetzt egal, wo ich weitermache. Und dann kann ich auch hier weitermachen. Oh, what? Oh, we have a bad boy over here. Alter, die halten so krass viel aus. Aber immerhin droppen sie auch eine Pyrefly. Da ist nix. Brauchen sie noch eine Black Pyrefly? Pyrefly, da könnten sie theoretisch hinjumpen. Das ist schon sehr hoch jetzt hier. Können aber auch einfach die Treppen nehmen. Aha. Hier war ich doch schon. Nee. Nee. Ich war nicht so. Nee, okay. Keine. Dann geht mir zu grey. dann geht mir rüber wie viele spectacular sind... ...sich aber schon als auch ! Das war's von gar nicht. συνstunden Lore haben dich gedwartet gehen. Das ist auf jeden Fall ein geiler Dungeon, ich mag den. Schön groß, schön verwinkelt, ein paar Contraptions und so weiter, das ist schon okay, das ist schon geil. Smithing Stone plus 6, Alter. Das ist ja mein größter Kritikpunkt, am DLC ist halt echt so viel Crap gelootet wird. Also wirklich Crap, wo ich mir denke, da hätte man einfach sinnvollere Items machen können. Die Enden irgendwie mehr bocken und das Erforschen einfach mehr belohnen. Du findest auch geile Sachen, das ist keine Frage, dass du nicht auch geile Sachen findest, aber du findest halt auch echt so viel Sachen, die du einfach überhaupt nicht brauchst. Er redet? Oh my lord. Jumbo. 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 Selbst im Hauptspiel viel Müll, aber was willst du auch 200 Stunden lang sammeln? Ja, aber es gibt ja Müll und Müll, sag ich mal. Also, es gibt schon auch Sachen, die man vielleicht immer mal wieder gebrauchen kann fürs Craften. Wer redet hier? Irgendjemand labert doch. Labert doch nicht. runenbögen zum beispiel ja auf jeden fall runenbögen könnte man gebrauchen wie gesagt larvalty ist vielleicht auch smithing stones 9 und halt fürs wie gesagt final upgrade oder ja für geile pötte dass du richtig viel mit den spielen kannst oder guck mal ich kann jetzt ich kann gerade nicht wenn ich jetzt was geiles craften will sagen wir mal hier so einen geilen topf sowas hier kann ich jetzt elf mal wegen diesen what the fuck alter hat er mich erschreckt ich hab original so ein stechen in der haut gespürt vor schreck alter wie viele denn auch der fucker nur weil ich wieder mal irgendwie oh nerv alter so unnötig ich gegen diese fucker bonk ich jetzt das bringt nichts du musst die staggern so ja was haben die jetzt davon und nein ist sicher noch ferrie oder was so auch der ganze weg man darf die einfach gar nicht schlagen lassen dann hast du die ganzen probleme nicht so und hier bin ich auch noch gar nicht runter und hier bin ich in die europa ich habe ich bin dort бан ich bin ich bin mich in ich bin Secret Rite Scroll Ich sag mal so, besser das zu haben, als es nicht zu haben, gell? Also was ich eigentlich sagen wollte, Leute, bevor ich wieder angegriffen werde, also zum Beispiel beim Craften gibt es ja, zum Beispiel man könnte doch Items machen, womit du hier diese Dinge mehr machen kannst, mit denen du mehr Runes kriegst. So, hier, kann ich neun Stück machen wegen den Fort-Tot-Foul-Foods. Warum nicht mehr von denen? So was meine ich halt, ja, ist jetzt nur ein Beispiel. Ich finde bestimmt noch mehrere, wenn ich hier durch die Items gehe und Sachen craften will. Ähm, ich weiß nicht. Rune Arcs. Man hätte auch durchaus noch überlegen können, ob man vielleicht nochmal die Flasks ein bisschen verstärkt. Ich weiß, dafür gibt es die Thales-Männer oder so, aber trotzdem, ähm, ja, keine Ahnung, noch bessere Upgrade-Maths. Aber wer braucht denn jetzt hier in dem, an der Stelle im Spiel noch irgendwie einen Verbesserungsstein plus drei? Also das ist doch einfach komplett, da kann man es doch auch lassen. Dann macht doch gar nichts dahin. Habe ich wirklich schon Überraschungseier gehabt. Mit geilerem Inhalt. So, Moment, laufe ich richtig? Wo bin ich denn gestorben? So sind die nämlich kein Problem. Und wenn es DLC zu kommen, muss man das Hauptspiel nicht durchhaben. Ja, natürlich nicht, aber... Also zum einen musst du einen der härtesten Bosse im Spiel killen. Und zum anderen ist der DLC so hart. Und so schwer. Ja, das ist für mich, also... Ja, ich... Nicht jeder hat vielleicht, so wie ich, vorgesorgt und kann jeden Stein kaufen. Aber trotzdem. Also... Ein Level-3-Stein, wenn du... Weiß ich nicht. Ich finde es halt auch, ehrlich gesagt, bescheuert, in DLC zu gehen, bevor man das Main-Game nicht einigermaßen... ...gemacht hat. Also irgendwie... Wenn du da nicht genug Upgrade-Materialien hast, dann hast du es ja auch einfach vielleicht falsch gemacht. Und wenn es gibt schon Argumente dafür, dass man auch mal ein paar Anfangs-Items... Aber wie gesagt... Ja, nicht schon wieder, ey. Es ist der gleiche Typ und er überrascht mich schon wieder. Wie kann das überhaupt sein? Ich habe das Gefühl, ich war hier schon mal, von der anderen Seite. Siehst du, da ist die Contraption, die kenne ich doch schon. Ja, die kann ich gleich benutzen. Guck, weil ich die nämlich schon benutzt habe, oder was? Jetzt wird es aber albern. So, bevor ich da langgehe, können wir die andere Richtung abchecken. Hier geht es noch hoch. Er ist aber auch ein unübersichtlicher Dungeon, das muss man schon fairerweise sagen. Hier kannst du echt leicht was übersehen. Zum Beispiel hier, dieses Sliver of Meat. Uh-oh. Nein, nein! Sehr souverän gemacht. Stark, Eddie. Ah-hah! 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 Okay. Das ist ja auch so eine Sache bei dem Spiel übrigens. Einige Quests, habe ich gelesen, werden ja nur getriggert oder lassen sich überhaupt nur vollenden. Okay, hier geht es irgendwie weiter, oder? Die blockiert den Weg, weil es dahinter irgendwie weitergeht. Äh, wenn man bestimmte NPCs in seinen Kampf summont, was ich eigentlich cool finde. Weil ich mag ja auch das Summon-Feature, aber kann sich natürlich auch nicht mit der elitären Elite von Elden Ring anlegen. Da haben wir alle nichts von. Wer hat diese Treppe hier designt, die verwirrt mich schon vom Angucken. So, jetzt kommen wir hier rüber. Das ist natürlich auch clever, so ein Dungeon, ey. Der ist echt eigentlich gar nicht so groß, aber so vom Aufbau her gemacht, dass du hier Stunzen drin verbringst. Jetzt auf den. Und dann wird der versuchen, mich darunter zu ballern. Das sehe ich doch jetzt schon und dafür habe ich vorgesorgt, Freunde. In meiner Abwesenheit habe ich mir einen Bogen hochgelevelt. Den Horny Bow. Hey, komm zurück. Wo ist er hin? Er ist weg und das ist die Hauptsache. Er ist weg und das ist die Hauptsache. Da ist er wieder. Wo ist er? Jetzt ist er wieder weg. Lecko mio, ey. Oh ja, war eh klar, dass ich den ins Geländer hau. Egal. Egal. Ist da unter mir noch was? Nee, oder? Gut. Oh nein, Boss oder was? Das ist aber ein weiter Weg zum Boss dann. Ohne Bonfire? Ja, ich meine, ich verstehe das. Ich habe ja, als ich das Main Game gezockt habe, habe ich ja auch in meinem ersten Run auch Spirit Ashes benutzt. Und viel Kritik und Wut und Hass sind mir entgegengekommen. Und ich habe auch immer gesagt, ey Leute, lasst mich so spielen, wie ich will. Und ich stehe auch nach wie vor dazu. Ich verstehe aber auch, dass es Bock macht, jemandem zuzugucken, wie er an einem Boss tausendmal scheitert und dann diesen Abnutzungskampf irgendwann für sich entscheidet. Und das ist halt auch ein ganz eigenes Ding. Mir macht das auch Bock, anderen bei einem Bossfight zu zucken, wie die 20 Mal verlieren und dann irgendwann schaffen sie es oder so. Ich kann das schon verstehen, weil das auch natürlich ein gewisses Entertainment hat. Es ist natürlich entertainiger, 20 Mal das Pad an die Wand zu klatschen, sauer zu sein, in Selbsthass zu gehen, als wenn du irgendwie den Boss, den härtesten Boss im Spiel irgendwie one-shottest, zickzack, als ob es nichts gewesen wäre. Also ich kann das schon irgendwo verstehen, aus Zuschauersicht. Aus Spielersicht muss ich sagen, ist es so, also ich habe es jetzt bei Relana und so gemacht. Ich habe Melania ohne, im NG Plus gelegt, ohne Asche und so weiter. Natürlich kann ich das auch, wenn ich es lang genug übe. Das kann, das ist ja auch, es ist nicht so sehr eine Frage von Skill. Es ist immer so eine Frage, das ist natürlich Skill, den man sich draufpacken kann, wenn man genug Zeit investiert. Und die Frage ist einfach, habe ich Bock und Motivation, mir den Skill draufzupacken? Ja, und das ist halt echt so die Frage. Kommt auch so ein bisschen auf den Boss an, wenn es ein Boss ist, der mir Bock macht. Relana hat mir schon auch ein bisschen Bock gemacht, mit den Parries und so weiter. Ich wollte dann auch irgendwie gegen die gewinnen, aber es gibt auch Bosse, die sind einfach nur ein Pain in the Ass und die will ich einfach nur hinter mich bringen und nie wiedersehen. Und da ist es mir dann auch egal, also, wie? Wisst ihr, was ich meine? Do I make sense? Also ich verstehe beide Seiten auf jeden Fall. Aber ich finde das Wichtigste, also ne. Was ist wichtiger, dass ich Spaß habe oder dass ihr Spaß habt? Das kann man so oder so. Die richtige Antwort ist natürlich, ihr habt am meisten Spaß, wenn ich am meisten Spaß habe. Aber ich glaube halt, ich meine, ich weiß es ja auch, ich weiß, dass Leute natürlich auch immer Spaß daran haben, wenn ich ausraste, in welcher Situation auch immer. Habe ich mir natürlich selbst zuzuschreiben. Aber, oh, das kann man doch bestimmt hier, ne. Das wäre doch ein schöner Shortcut. Ey, ich hätte schwören können, das könnte man hier durchbämsen. Aber das ist ja eh so ein bisschen ambivalent bei Dark Souls oder bei FromSoft-Spielen. Die Qual im Spiel und die anschließende Belohnung für die überstandene Qual ist ja so ein bisschen das Rezept. Und wenn du beim Boss gar keine Qual hast, dann ist ja auch fast ein bisschen schade. Oh, alter Schwänzboy. Wen bewachst du denn, Boy? Winged Serpent Helm und Ash of War Flamespear. Ich habe die Befürchtung, dass Mesmer hier ist. Ich habe doch so Angst. Shadow Tree Fragment bringt mir nichts. Also bringt mir schon was. Eins bringt mir nichts. Aber warte mal. Ich hoffe nicht, ganz irgendwas habe ich noch übersehen in diesem Dungeon. Nicht, dass ich irgendwas trigger und dann... nicht, dass ich mich noch nicht gut schade. Ich bin sicher. Oh. Oh, ist das Mistmach? Scheiße, oder? Holy shit, da ist es. Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. In the embrace of Nessness's flame. Da kommt er! Wow! Wow! Explosion Boy! Direkt am Anfang. Nein! Nein! Und verzögerte. Und noch eine. Und... Groundhog Day. Alter. Ich komme überhaupt nicht zum Schlagen. Habe ich hier ne Fat Roll auch noch? Wieso habe ich denn ne Fat Roll? Alter, wieso habe ich denn ne fucking Fat Roll? Warum habe ich ne fucking Fat Roll? Ich raff's nicht. Ich habe doch gar nichts Neues equipped. Hä? Wollt ihr mir jetzt sagen, die Handschuhe sind schwerer als die anderen oder was? Was? Alter. Es sind wirklich die scheiß Handschuhe. Es sind die dummen Handschuhe gewesen. Ich drehe durch ey. Damit habe ich nicht gerechnet. Alter. Okay. Ist ne Bonkwaffe die richtige? Ist die Frage. Wir werden vielleicht eher... Wenig Schläge dafür. Ich probier's nochmal. Ich kann das den Try eben nicht ernsthaft bewerten, weil ich... die Fat Roll war. Oh, die Mucke. Oh, die Explosion. Okay. Das sind zwei Angriffe, basically. Okay. Alter, der hat schnell und verzögerte Attacken. Und... Impaled. Okay. Okay. Okay, okay. Probieren wir mal... Rachasa. Rachasa. Racharaxasa. Rachraxasa. Oder? Und ehrlich gesagt will ich auch mal die... Tatsächlich, ihr werdet lachen, aber ich werde die Krallen versuchen. Die haben bei Midee richtig reingehauen. Ich weiß gar nicht, was ich in der Flask hab. Aber vielleicht ist was Schnelles gar nicht so schlecht. Doppelsprung. Oh, die Dingsblades wären vielleicht Alter, Kamera Double Schluck Rakshasa Okay, ist der Bleed anfällig? Okay, der ist doch machbar Der ist Der macht ein bisschen auf dicke Hose Okay Okay, Messma Okay, warte, 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 warte Die Krallen waren nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe Lass mich kurz mal Also, was haben wir denn hier? Der ist doch komplett machbar, der Boy Oder? Alter, wir könnten auch mal mit Was ist denn mit der? Ja, falsches Timing Oh, kurz bevor sie zusticht Was ist denn? Das war's. Oh, das ist krass. Das ist eine deftige Attacke. Nicht sprechen. Wirbel Boy. Oh, zweite Phase, Boy. Was passiert jetzt? Jetzt kommt wieder was völlig übertriebenes, weiß ich jetzt schon. Jetzt kommt wieder so was komplett spaßbefreites. Die Welt explodiert und frisst mich auf und spuckt mich aus und zerteilt mich. Oh, shit. Er wird eine Schlange. Was labert er? Oh, shit. Oh, shit. Fuck. Fuck. Das ist die gleiche Attacke allerdings. Fucking hell, ey. Was geht, was geht? Ich wünschte, ich hätte eine andere Waffe, ehrlich gesagt. Ich sehe nichts. Ich habe eine andere Waffe. Naja, nicht wirklich. Aber das war schon nicht so schlecht. Schade. Oh, ich zitter, Leute. Okay, aber der ist machbar. Wirklich machbar. Ich habe... Okay, ich muss nur das richtige Waffen set. Oh, ich bin aufgeregt. Okay. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich wieder dieser eine Try, den man nie wieder dann so erreicht. Aber lass mich kurz überlegen. Was ist gut? Gut, ich glaube tatsächlich, die Milady könnte hier richtig sein. Schnell und stark. Was habe ich da? Schnell und stark. Okay, okay, okay. Claymore vielleicht mit Lions Claw gut getimed. Gar nicht so schlecht. Für Julia mit Claymore oder was? Und dann noch... Könnte ich nicht sogar Claymore... Und... Oh. Das Pater. Für den schnellen... Stagger? Übrigens ein Shadow Tree. Und ich wäre noch ein Level höher. Was echt geil wäre. Aber ich weiß nicht, wo ich jetzt auf die Schnelle 1 herkriege. So, was haben wir denn eigentlich in der Physik? Ach so, wir haben... Wir sind full of Damage Negotiation. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich lasse das so. Den Stagger... Kriege ich auch so hin. Okay. Ja, immer der Trick. Ja, ja. Ja. Nicht gierig werden. Oh, Fickerei. Fickerei, sorry. Heil dich doch, ey. Das war die Gier. Was ist denn... Was ist denn... Wieso habe ich das eigentlich nicht infused? Was ist heavy? Nee, doch. Was ist... 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 Ich probiere es noch mit Blatt. Siehste? Learning! Okay, da habe ich da die Bubble verloren. Ich lasse mal wieder Gier. Okay. Er springt mir ein bisschen viel. Eigentlich will ich springen. Oh! Keine Lions Claw bislang getroffen. Das ist Flame of the Redman und die beschissene Verzögerung. Okay. Oh, ich treffe halt nicht, ne? Das ist halt echt Shame on me. Die Attacke raffe ich noch nicht ganz. Die ist richtig mies. Jetzt macht er die nur noch, oder was? Ja, keine Flasen mehr. Das ist natürlich peinlich. Ah, das war natürlich nichts. Ja, vielleicht besser Katana. Ich bin so ein bisschen unentschlossen. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht lieber das Katana, weil ich habe mir natürlich von der Lions Claw viel versprochen. Aber ich habe einfach nicht getroffen. Und theoretisch, vielleicht brauche ich es auch nicht. Ich habe mich komplett gekämpft. Ach, come on. Übertreib halt, Messma. Ich wusste, ich werde nie wieder so gut wie beim dritten Versuch. Ich habe auch vergessen, Mann. Übrigens, hier kann man jemanden summonen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wer ist denn das hier? Ich erkenne den nicht. Ich erkenne den nicht. Irgendjemand ist das. Ich habe das nicht gekämpft. Echt? Ich habe die Fäderaille. Und ich weiß nicht. Ich bin so wichtig. Die Börse der Gord haben, die Schall den Gewehr ausmacht. In der Bege zu kommen. In der Strecke von Gord. Für die Messmas Flame. Die Schall sind die Schall. Sicher, wo du zu sein. Den sollte man spawnen für einen Quest? Ernsthaft? Ah, das Timing. Den kann man noch auf Safe Pairing im Boot, dude. Oh, Mann. Wer ist jetzt reingekommen? Alter, wer ist das? Alter, was kann man gegen diese Bodenattacke machen? Das traf ich noch nicht. Aber da sieht man auch mal, wie viel einfacher es ist. Ach, scheiße. Er macht eine Explosion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rasshalai. Man wird allerdings auch übermütiger, wenn man Hilfe hat. Also muss ich den jetzt summonen für eine Quest oder nicht, Chad? Du müsstest mir sagen. Scheiße, ey. Oh, come on. Rollcatch. Probiere mich mal so. Oh Mann. Ich bin zu gierig, ey. Ich will einfach mich durchdamagen. Das ist dumm. Ich habe diese Geduld, nicht nach zwei Schlägen wieder auf Distanz zu gehen. Ich will einfach durchballern. Das ist Quatsch. Das ist wirklich einfach Quatsch. Es klappt nicht. Leider. Okay. Oh, wie weit. Ist ein Ziel halt. Es ist aber auch mit den verzögerten Attacken so schwer, ey. Da den Rhythmus zu finden. Ich will noch eine andere Variante probieren. Und zwar würde ich jetzt nochmal, nur mal um den Unterschied. Ich weiß noch nicht, was mir besser gefällt. Ich glaube, er ist so durchaus machbar. Aber vielleicht sterbe ich jetzt auch zu leicht. Aber ich will es nochmal mit Bonk versuchen. Welchen Bonk? Einfach nur mal, um zu gucken. Parrying ist natürlich auch noch eine Option. Schwierigkeiten. Oh, guck, das ist halt die Scheiße. Die Distanz. Ich habe mich entschlossen. Ich bin so unentschlossen. Das habe ich... Ich habe das Gefühl, das war nicht... Okay, wir probieren noch eine Sache. Will ich probieren. Okay, Leute? Lasst mich ein bisschen umexperimentieren. Wir machen mal... Wir machen mal full defensiv. So. Und dann machen wir auch noch so. Und dann machen wir auch noch so. Das ist wahrscheinlich Schwachsinn. Wir haben noch nie so gekämpft. Aber ich will es mal ausprobieren. Warte, welches ist das? Gibt es hier nicht... Fire Defense? Okay, das wäre dann das. Okay. Das wäre dann das. Nein. Okay. Geh mal... Mach mal ein bisschen defensiver. Nur mal gucken, wie sich es anfühlt. Ich habe das. Okay. Oh, aus der Luft gestagert, Alter. Okay, nichts davon abgetroffen. Nein! Ah, ich wollte schon sagen. Oh, diese Drecksattack. Vom Anfang ist es die. Oh, das ist die. Alter, was geht? Oh, come on. Jetzt hab ich dich, Bitch. Bäm! Oh. Boah, ich zitter, Alter. Ja, der defensive Approach, ne? Interessant. Ja, interessant. Also, er hat schon wesentlich weniger Schaden gemacht, ich glaub schon, das Ding ist, was ist besser, dass du vielleicht zwei, drei Angriffe mehr aushältst, aber dafür ein, zwei mehr brauchst, um ihn zu staggern und ich glaube, bei Mesmer zumindest kann man seine Patterns, also seine Ausweichrhythmen, also ich hab ihn auch so gestaggert, will ich sagen, ich musste gar nicht alles auf Stagger Damage stellen, um ihn zu staggern, weil es eh drei oder vier Attacken sind, ob es jetzt drei oder vier sind, macht nicht so den Unterschied, aber es macht halt schon einen Unterschied, ob ich drei Schläge mehr oder weniger kassiere. Stimmt, ich hab das Rakasha-Set noch anders, ich hätte da natürlich auch noch eine Rüstung nehmen können, die noch mehr Fire Damage Negierung hat, ähm, ganz kurz. Okay, wir haben Mesmer's, whatever, Kindling, 800.000 Seelen, nice, das ist ein Level. Ähm, boah, der hat Bock gemacht, der Kampf, muss ich sagen, weil ich jetzt vielleicht schon sogar, weil ich so viel Shadow Tree Fragments gesammelt hab, wobei, er hat ja trotzdem derben Schaden gemacht, er ist einfach nicht so schwer wie andere Bosse in diesem, Adrelana fand ich wesentlich schwerer, wobei ich da auch einen anderen Approach hatte, aber er war, ja, er war, er ging, er war nicht so schwer, ich hatte, Gaius fand ich schwerer, irgendwie, Midra fand ich viel schwerer, komischerweise, viele haben kein Problem mit Midra, ich hatte am Anfang echt Schwierigkeit mit Midra, aber ja, ich hab's auch gut gemacht, wenn ich mich mal selber loben darf, ich hab relativ schnell und gut seinen Angriffen ausgewichen und, ähm, hat gut funktioniert einfach, ja, und auch die richtige, richtige Setup war, ich hab noch nicht mal meinen, meinen Putter gebraucht, ich wollte eigentlich, ich hatte überlegt, ob ich ihn die ganze Zeit nur ausweiche und dann, äh, Impaling Thrust, ich kann's jetzt hier nicht mal, Impaling Thrust nerve, aber hab ich gar nicht gebraucht, ich hab wirklich nur mit, wie immer, mit nem Baum, stimmt, bei Relana war ich Shadowtree Level 3, jetzt bin ich 16, glaub ich, das ist schon ein krasser Unterschied, aber hier hab ich auch halt auch geparried, und, äh, Kind, it seems Vengeance was not mine to enact, where now should I point my tired blade, where now should I point my, where now should I point my, weiss ich doch nicht, so, und jetzt, 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 so, und, ist hier noch was, ne, ne, aber der Dungeon ist noch nicht fertig, Leute, by the way, ne, der ist noch nicht fertig, die Bücherei ist noch nicht durch, da ist noch Stuff, I know it, aber hier ist tatsächlich jetzt Endstation, ach ne, warte mal, jetzt kann ich doch, ach so, deshalb leuchtet der, da zeigt der hin, jetzt komm ich hier weiter, ah, jetzt verschwindet da der Schleier quasi, okay, ähm, jetzt gucken wir erstmal, was wir als Belohnung kriegen, Freunde, das ist ja, deshalb sind wir ja hier, Spare of the Impaler oder Mesmers Orb, ist ja klar, was wir nehmen, trotzdem schauen wir kurz, Incantation of Mesmer the Impaler summons Mesmer's flame to form a giant floating orb, the orb sourced toward the foe, crashes into the earth and explodes after brief delay. Es ist halt immer diese Zaubersprüche, die dann so ewig dauern und dann machen die aber auch nicht so viel mehr Schaden als zweimal bonken, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ist bestimmt geil, aber ich bleib bei den Waffen. Okay, so was wir hier, Spare of the Impaler, Weapon of Mesmer the Impaler, Great Spear with a warp blade in the shape of undulating flame remade by the forging arts of the realm of shadow, a weapon can be thrown by executing a strong attack, dashing strong attack or mounted strong attack, charge the attack to produce flame on impact, okay, 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 Keine Rüstung, schade, doch. Wird schon sagen. Okay, es sieht halt super lame aus. Ey, Mesmer sieht halt aus wie der Supertrottel, ein Superidiot. Guck dir das an, das können wir nicht bringen, Digga, das können wir nicht bringen, so lauf ich nicht rum. Guck mal hier, deine Fire Knights sehen cooler aus als du. Aber auch hier, das ist auch schon echt so ein bisschen problemlos, so Tatsache, sie auch so ein bisschen wie Mogli. So die Mogli Hose. Ja, römischer Legionär ist mir schon klar, aber es ist halt trotzdem nicht, ist ja egal wo es herkommt, die historische Bedeutung. Es gibt nur eine entscheidende Frage, sieht es cool aus oder nicht? Vergiss es, so sieht es cool aus. Okay. Hä, macht der keinen, der verhindert die Steps? Uh. Guck mal. Hä? Der Speer Der Speer So, wo gehen wir? Ey, yo, ich hab Mesmer gelegt. Sieht auch ganz cool aus irgendwie. So, wo gehen wir? There's plenty left to be done. And I will see to it. Who else? I wonder. I don't enjoy casting suspicion on anyone I've called a comrade. But it's a small sacrifice in the grand scheme of things. We must eradicate all doubt. Who else? I don't enjoy it. But it's a small... Okay. Alter. Okay. Er wirft halt eine Rakete. Okay, die ist natürlich schon... Die ist natürlich schon ganz krass. Würde ich mal sagen. Ist die Frage, ob die auch so viel trifft. Manche Attacken sehen ja immer sehr geil aus und wirbeln rum und so. Aber das sehen wir jetzt. Dann kommt unser erstes Testobjekt. Ja, okay. Das war ganz cool. Fairerweise. Hat das ganz gut geklappt. Die drei. Die wollen immer Ärger. Den stärksten raussuchen. Den musst du fertig machen. Der hat überlebt? Ich bin ein bisschen beeindruckt. Dass der überlebt hat? Hä? Das ist natürlich geil. Wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du den Speer auch beim Reiten werfen. Das ist ganz nice. Ich glaube, das ist eine geile Waffe zum Reiten hier. Jetzt hast du impaled. Oh, falsch. Loll. Ich bin hier. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Und du putz zu paso. Jetzt bin ich. Aber das wird nicht meine Lieblingswaffe, sage ich mal so. Zum einen mag ich diese sehr langsamen Attacken, diese Standard-Attacken nicht. Ich meine, der hat eine geile R2 hier, das ist ganz geil für gewisse Situationen, aber er braucht man auch eher selten, weil du triggerst damit ja eher nur die Gegner. Irgendwie ganz lustig, aber das ist viel zu langsam für meinen Geschmack. So kann ich nicht arbeiten. Und ja, hier Mastmas Assault, geil. Wenn da jede von trifft, ist es geil, aber kostet halt auch jede Menge FP und... Ja, weiß ich, fast schon ein bisschen zu flashy, wenn ich ehrlich bin. Die habe ich noch gar nicht getestet, die Claws, fällt mir gerade mal ein, Santa Claus. Da ist ja schon mal eine ganz andere Geschwindigkeit hier. Ach guck, die wirft die auch. Kann ich mir schon Spaß machen. Da, 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 dale! Die ist geil, die Claws of Night werde ich glaube ich upgraden, Leute, die mag ich. Irgendwie finde ich die geil. Und wisst ihr was, weil ich ein Mann meines Wortes bin, machen wir das jetzt, machen wir jetzt direkt. Scheiße, ich habe die Seelen nicht eingesammelt. Wisst ihr was, machen wir jetzt gleich, nachdem wir die Seelen eingesammelt haben. Dann machen wir das. Also quasi jetzt. Nicht plus 10, wenn ich sage, wir upgraden die, sage ich plus 9. Plus 10 werde ich wahrscheinlich nichts mehr upgraden. Also erst ganz am Ende, wenn ich alle Waffen habe. Ich weiß, welche Waffen dann in den Zirkel derer kommen, die, ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann auch 4, ich habe 4 Slabs für Sombra Waffen und 7 für normale. Autsch. Somba Stone Dinger Somba Stone Dinger kann man bis 9 kaufen, genau und für plus 10 gibt es leider nur begrenzte Anzahl und da Geld keine Rolle spielt kann ich also fast jede Waffe bis aufs vorletzte Level upgraden aber halt nur ganz ausgewählte auf die letzte Stufe und das mache ich wirklich nur mit den Waffen wo ich weiß dass ich die dauerhaft benutzen werde weiß ich wie ich mein ja da ja da genau wenn sich eine richtig bewährt hat mache ich sie auch auf plus 10 habe ich zum Beispiel hier ist Patta habe ich auf plus 25 gemacht und meine Milady habe ich auf 25 auf plus 10 gemacht das ist die 25 weiß ich gar nicht hier den Hammer habe ich fully upgradet die Nightglave habe ich fully upgradet ähm natürlich meinen Baum habe schon ein paar Sachen auf Max Level halt schon im Main Game viele die Death Knight X ist denn eigentlich die Milady die suche ich irgendwie immer weil die sich immer irgendwie versteckt so so das war übrigens auch noch so eine Sache die ich von ganz am Anfang Mess mal killen aber am Hügel scheitern das ist so ist es hier war nämlich ganz am Anfang wenn ihr euch erinnert als ich angefangen habe mit dem DLC Let's Play da war ja hier so ein Geisterriese den habe ich mittlerweile glaube ich auch in einer Offline Session gelegt aber dann ging es ja hier weiter war ich da mal und hier kann man sich nämlich wegbeamen Ancient Runes of Raw Alter wo bin ich denn jetzt jetzt bin ich in den hängenden Gärten Alter das ist ein ganz neues Gebiet aber hier hat auch Jack recht gehabt hier Jack Fromm so hat er gesagt das Elden Ring ist manchmal fast zu schön also so von der Stimmung her auch ich meine ich kenne Leute die machen in solchen Orten Urlaub oh ist das ne was ist das ne eine eiserne Jungfrau dachte ich was ist das wollte ich auch gerade machen guck ey die müsste doch schneller zuhauen die Waffe Alter hier ist einfach mal komplett neues Gebiet Leute glaube ich wie geil das aussieht guck dir das mal an gut 2 3 2 4 6 8 10 9 10 11 10 14 13 Da kann man safe runter. Da kann man noch runter. Da kann man noch runter. Da kann man noch runter. Was ist das? Verdigrisse Discus. Raises Defense mit höheren Equipment Loads. Geil. Für ein Tank-Bild. Hier wohne ich jetzt. Okay, vielleicht ist es doch nicht ein Gebiet, sondern nur so ein kleiner Abschnitt oder was. Kommt man da nicht rüber? Das wäre eigentlich wohl hier vielleicht. Hm. Ich wäre noch nicht so ganz schlau hier aus dem Gebiet. Kommt man da hoch? Ja, da muss man irgendwie hochkommen, sonst wäre das nicht da. Ich hatte es schon markiert. Also du kommst von der anderen Seite noch hin, dann kannst du hier runterjumpen. Aber du kommst doch nicht von hier. Autsch. Ist schon erschlagen worden, bevor er überhaupt den Boden hittet. da braucht gar kein Bonfire. Okay, wir kommen dann nochmal hin, von oben schätze ich. Hä? Da ist aber schon auch ein bisschen komisch, so ein random Teleporter hier in die Gegend bauen. Und der liegt dann da hoch? Raff ich alles nicht. Ach du schnett. Ja. 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 Ey, keine Ahnung, ich weiß nicht wie man da hochkommen soll. Man kommt bestimmt irgendwie da hoch, aber dann von der anderen Seite. Das sieht für mich eher so aus, als ob man von da oben da dann irgendwie, da ist auf jeden Fall Stuff. Ah, das ist so ein bisschen wie, gab's ja im Main Game auch, wo du dich so nach Farum Azula teleportierst. Und dann bist du da so oben, aber du siehst nur so das Gebiet eigentlich. Und der Dude, den Ravi auch nicht. Was willst du von mir? Ah, wir haben seine Waffe. Haunted Warrior Sword. Immerhin. It's something. Ah, das haben wir schon. Glaub ich. Oh, ne doch nicht. Ach, warte doch, das kennen wir, das ist ein geiler Zauberspruch für PvP by the way. Weil der auch ne ziemlich heftige Reichweite hat. Aber ich meine, ah, das hab ich schon. Ja, siehste. Hatte ich schon. Ist aber echt ne ganz lustige Attacke hier. Die kann man von sehr weit weg machen. Die kostet auch relativ viel. Und die macht auch gut Damage. Im PvP kann man da auch echt gut die Leute mitfroppen. Aber ich hab's nicht hochgelevelt. Wurde genervt. Ja, okay. Keine Ahnung. Ich hab's wie gesagt auch nicht wirklich benutzt. Aber. So. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich muss ja trotzdem noch die Bücherei fertig machen. Aber nicht von hier aus. Siehste? Das ist nämlich falsch. Das ist nämlich der Trick. Weg. Ich sag euch. Ne, von hier nehm ich glaub ich auch nicht. Hä? Neh. Warte mal. Das stimmt was. Be Accession. Warte mal. Irgendwo konnte man diese Viecher rotieren. Und dann da irgendwie da hoch. Guck, jetzt bin ich übrigens hier an der Leiter. Jesus fucking Christ. Aber tatsächlich muss ich da auch nicht hin, glaub ich. Ich bin selber unsicher, Beude. Quatsch. Quatsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist so ein verwirrender Dungeon. Wo geht denn das jetzt schon wieder hin? Nach unten? Ach, wie schnell. Ah, nee, nee. Das ist ja schneller gebeamt als... Das ist ja schneller. 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 Wenn ich doch nur wüsste, wo ich überhaupt hin will... Aha! Da will ich hin. Das ist der Spot. Nach oben. Guck, da liegt noch Shit. So. Hier war doch... Hier war ich doch auch schon tausendmal. Wartest du wenigstens, bis ich wegkomme? Okay. Kennen wir. Kennen wir. Finden wir gut. Uff. So, und dann können wir hier hoch, ne? Richtig. So ein verwirrende. So ein verwirrende Dungeon, ey. Genau. Und da ist Spacko. Das kennen wir. Kennen wir. Aber was ist denn hier noch? Ne, da bin ich das letzte Mal doch. Komm da nach oben. Komm da nach oben. Hier war ich auch schon. Aber dann wahrscheinlich hier. Ich raff gar nichts mehr, ey. 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 das ist ein langer Aufzugsschacht ach ja, das geht zu Gaius hier, ja, 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 jetzt erinnere ich mich okay, das ist der ganze Weg nur zu Gaius aber holy shit, was fehlt mir denn dann noch irgendwas check ich doch hier nicht da war doch noch die eine Tante die die ganze Zeit gelabert hat da ist noch ein Item hey das ist ehrlich schickt schickt Hm. Oh Gott. Das war krank. Jesus. Nein! Warum roll ich... Gewohnheit. Ich... wirklich, ich dreh durch. Ich krieg Chlamydien. Oder wie das heißt. Ich bin nicht sicher, ob ich weiß, was Chlamydien sind. Sowas klingt... ekelhaft. Dieser Dungeon macht mich wahnsinnig, ey. Ich bin nicht sicher. Irgendwo muss man doch safe runter droppen. Und dann. Was ist hier? Loll. Okay, zumindest eine Sache jetzt nochmal. Aber irgendwie check ich es nicht. Ja, wieder hier. Ja, toll. Das möchte ich überhaupt nicht weiter. Wie er übertreibt einfach. Guck mal, da ist sogar noch ein... Hä? Wie kommt man denn da dran? Ah, über den Aufzug. Oder? Aha! Fire Knight Hilde liegt hier rum zum Beschwören. Die Hilde, ey. Ich da rüberjumpen? Nee. Dumm. 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 Hier. Warte mal, da kommen wir hoch. Aha. Das hab ich doch nicht gemacht, oder? Da bin ich doch direkt weiter, oder? Ah, ich weiß es nicht. Ne, hier war ich noch nicht. Oder? Oh, ne, hier war ich auch definitiv nicht. Pfff! Ernsthaft? Nix! Krass, okay, was geht denn hier ab? Alter, guck mal, das ist so ein Lazarett. Ah, für diese Töpf... Topf... Viecher, oder was? Experimentier. Battlefriere Priest Cookbook. Sunwarmstone. Ist das ekelhaft. Iris of Grace. Ich hatte ja vorhin die Wahl zwischen Iris of Grace und irgendeiner anderen. Das war's für mich. Wie weit geht denn das noch hier? Die sind immer so süß, diese kleinen Fässer, man will die immer eigentlich gar nicht hauen. Aber man muss. Oha! Ich wusste doch, hier ist noch mehr. Das ist sogar ein Boss-Raum. Das ist nämlich der Übergang, den man von da gesehen hat. Nee. Hä? Von irgendwo hat man diesen Übergang, diese von da oben, glaube ich. Oder von... Ich weiß auch nicht mehr. Egal. Das ist eigentlich ganz lustig. Dass hier so eine riesengroße Tür ist, mit der man nicht interagieren kann. Dann muss man hier durch diese kleine Holztür gehen. Ah, jetzt raffe ich, wo wir sind. Von hier kommt man jetzt auf das westliche... Das ist gar kein Boss. Das ist... Das ist sogar Reiten. Das ist sogar Reiten. Einmal den Abgrund checken. Muss sein. Und... Das ist... ... Ich bin... Und... ... ... ... ... Alter, was tropft denn hier Feuer von oben? What the fuck? Was ist das? Da geht er dahinter, No-Hit-Run. Der Typ ist das. Du bist es. Echt jetzt? Was ist das? Ernsthaft? Alter. Okay, das ist ja super lame. Okay. Oh Gott, daneben. Rain of Fire. Okay. Das, was er halt die ganze Zeit gezaubert hat da. Er lame of fire. Berlin. So do you launch this again? Ich konnte nicht unter den aufzugucken, naaaain! So, was haben wir hier? Ancient Runes of Raw Ah, okay, jetzt sind wir an der anderen... Ah, okay, verstehe. Jetzt sind wir nämlich genau oben drüber. Guck mal, wie schön das aussieht. So dicht bewachsener, fast schon Dschungel. Was für Geheimnisse werden hier auf uns warten? Der berühmte obligatorische Blick nach unten. Ja, liebe, ihr Lieben, das ist eine Geschichte fürs nächste Mal. Tatsächlich, jetzt ist Schluss. Das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte.